Herr Faltermeier, ich kann mich gut erinnern, wie Sie damals diese Diarrhoe gehabt haben. Da waren Sie sonst auch noch ziemlich flüssig. Der Ziegler, der hat die Croissants und hat gesagt, er ist ein Wiener, aber da gibt es ein Zitterzitter. Aber der Ziegler kann ich dazu geben, weil das ist ein Wahnsinn. Ich meine, wenn ich damals, also vorausgesetzt, dass ich damals älter gewesen wäre, aber ich war ja noch jünger. Wenn ich älter gewesen wäre, ich hätte ganz bestimmt dem Hitler diese Prinzregententorte bezahlt. Nein, man kann über den Hitler viel sagen, aber Zechbreller war er keiner. Nein, er hat Fehler gemacht. Also das mit dem Rönenputsch hätte er nicht machen müssen. Und er war Vegetarier. Das stimmt, aber er war kein Zechbreller. Man muss sich das so vorstellen, wir waren ja im Café Einast. Und wir sind ja, der Tisch, der Hitler ist ja hier an diesem Tisch ungefähr gesessen. Ungefähr hier. Da saß er. Er war aber, wie soll man sagen, so ein bisschen Träumhappert. Ja, weil er ist ja frisch aus Pasewald gekommen. Und da war er ja noch in der Hypnose drin. Da war er noch nicht draußen aus der Hypnose. Und die Prinzregententorte war schon da. Und dann wollte er immer hören, was da drüben am Nachbartisch geredet wurde. Da saß der Ludendorff ungefähr hier mit den Offizieren und hat sich über den Tollstoß unterhalten. Aber der Hitler konnte fast nichts verstehen, weil ich ungefähr hier war. Hier im Kinderwagen drin. Und hab immer gebläert, weil mich der Tollstoß nicht interessiert hat. Und dann ist der Hitler zu mir höchstpersönlich gekommen und hat zu mir gesagt, Tutsi, Tutsi, Tutsi. Aber ganz normal. Wie man mit einem Säugling redet. Also nicht wie später dann so. Das hat er nicht. Nein. Ganz normal. Und ich muss sagen, ich war von seiner Persönlichkeit so beeindruckt. Weil er hat so ein Charisma gehabt. Und dann war ich still. Und in diese Stille hinein, in diese akustische Bresche, ist der Hitler hinein. Und hat dann hinübergerufen zu dem Ludendorff. Und das hat den Ludendorff elektrifiziert. Darauf hat der Ludendorff dann gesagt. Und dann ist der Hitler von dem Tisch weggegangen. Und hat sich an den Tisch von dem Ludendorff hingesetzt. Und hat dann über den Tollstoß geredet. Und hat aber vergessen, diese Prinzregententorte zu bezahlen. Und darum hat er im Café Annas Lokalverbot bekommen. Das wurde aber 1933 wieder aufgehoben. Also ich muss sagen, ich bin schon stolz. Wenn ich dran denke, wenn ich in meinem Leben schon alles kennengelernt habe. Haha. Wenn ich Revue passieren lasse. Ich habe zum Beispiel den Fritz Pencher gekannt. Dann habe ich den Lufanburg kannte ich. Und die Familie Hesselbach. Und den Franz Josef Strauß, den kannte ich gut. Er mich nicht. Aber ich habe ihn gut gekannt. Und den Sohn Max habe ich auch gekannt. Von dem habe ich ein Autogramm. Das hat er mir im Wiener Wald gegeben. Die Tochter habe ich leider nie kennengelernt. Diese Hohlmeier. Leider nicht. Schade. Weil sonst hätte sie mich wahrscheinlich auch erpresst. Aber ja, wie die anderen auch. Aber dann wäre ich wahrscheinlich bei ihr so etwas wie eine Leiche im Keller geworden. Nein. Keine Leiche. Eher so eine Art Untoter. Aber dann kommt wieder einer daher. Führt mich ans Licht heraus und sagt zu mir. Tutzi, Tutzi, Tutzi. Nur damit ich eine Ruhe gebe. Ah! 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 Ist schon wieder so weit? Ja. Ein schönes Geschicht, Lorenz, da erzählt der Herr Polt. Geh? Er macht ganz große Fortschritte bei uns hierhin. Und was besonders erfreulich ist, er ist nicht aggressiv. Geh? Sind wir nicht aggressiv? Nein! Nein! Geh? Also, Herr Polt, wieder schauen. Auf Wiedersehen. Da geht's raus. Und das wird schon, gell? Ja. Wiedersehen. Wird schon, gell? Ja, guten Morgen, liebe Patientinnen, liebe Patienten. Auf Wiedersehen. Das ist neu auf der stationären Station. Auf Wiedersehen. Wegen der Ansprache, Oberarzt Dr. Well, Unterarzt Dr. Well, ich bin der Chefarzt Professor Dr. Well. So wie jeden Morgen singen wir im Rahmen der Musiktherapie ein Lied gemeinsam beim Refrain mitsingen. Auf Wiedersehen. Musik 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 Der Fremdenverkehrsverein sie frei frein. Da ganget gleich a Gerstle ins Geide. Die Tür, die da drückt, da drückt rein. Wie a wunderbar wurret's wen, wann's wohin war wäntet. Aber wann a Erbe am Erbe arbeitet, der fraget Islamabad. Aber wann a Erbe am Erbe arbeitet, der fraget Islamabad. Aber wann a Erbe am Erbe arbeitet, der fraget Islamabad. Pöfflamott. Diesen Patz. Und? Morgen wissen wir mehr da. Mahlzeit. Mahlzeit, Herr Kropper. Und? Reragout. Aus Passau. Und? Ja, Solala. Und wie schaut's aus, Herrschaften? Ist einer da, der die Agentur besuchen will? Oder wie ist das heute? Einer sitzt noch draus. Der ist schon seit heute früher da. Ja, aber ich hab's gesagt nicht, dass wieder einer da herkommt. Ich hab's gesagt. Nein, ich leg drauf wird. Ich hab gesagt, wir gehen heute früher heim, weil heute Abend ist ... Champions League. Hab's das gehört, Herr Kropper? Ja, aber der schaut so aus, als wäre, wenn er wiedergekommen würde, wenn wir ihn nicht drohen haben würden. Dalli. Dalli, Dalli. Dalli, Dalli. Dalli, Dalli. Dalli. Rösner. Rösner ist mein Name. Der Herr Rösner. Wer? Rösner. Ja, wenn Sie bitte einen Chip abgegeben sind. Jawohl. Ich bin seit vier Jahren ohne Arbeit. Ich brauch dringend schon. Ja, da sind Sie bei uns in besten Händen. So. Wenn Sie bitte draußen warten. Sie werden dann rechtzeitig hereingeholt. Ja, aber da kommen wir her. Wenn Sie bitte die Güte hätten, draußen Platz zu nehmen, Sie werden rechtzeitig hereingeholt. Seit siebeneinhalb Stunden? Wenn Sie bitte die Güte hätten, draußen Platz zu nehmen, Sie werden ... Noch einmal, da haben wir den Künstler eingefangt. Mein lieber Fran. Schauen Sie mal nach, was der für Starrallüren hat, Herr Falzer. Rösner Johann Nepomuk. Ha, Chef. Der ist im Firmenunterricht durchgeflogen. Im Firmenunterricht? Ist eine katholisch, die faule Sau. Was hat er für Zeugnisse? Zeugnisse ... Zweiter Bildungsbild ... Der hat in Erdkunde, hat der in der zehnten Klasse einen Fünfer gehabt. In Erdkunde einen Fünfer in Geografie? Ja, in Geografie. Willst du was, Herrschaften? Wie der kommt? Dann fragen wir mal. Dann machen wir mal einen Pisa-Test. Dann fragen wir mal, ob er weiß, wo die Malediven sind. So, langt schon wieder. So, Herrschaften, weitere Zeugnisse? Weitere Zeugnisse. Zweimal geschieden, zweiter Bildungsweg und keine Kinder. Ja, dann vermehrt er sie wenigstens nicht. Und? Wie schaut's aus? Mit dem Cashflow? Kontostand. Jawohl. Alarmstufe eins. Mein Lieber, da haben wir wieder einen faulen Fisch an Bord. Der stinkt schon vom Kopf her. Ja, und wie ist das bei dem Kerl? Wohnt er noch oder nomadisiert er bereits? Oder wie schaut's aus? Der wohnt noch und zwar in Milbertshofen. Bezieht Wohngeld. 44 Quadratmeter. Und schauen Sie mal, Chef. Das Klo ist größer als das Wohnzimmer. Mal schauen, Moment. Aha. Aber Stilempfinden hat er. Ästhetik. Die Scheißhausrolle ist gehäkelt. Und ist ein Mobil. Er fahrt, und zwar, der fahrt einen Subaru. Ja, schau her, einen Vorwühler. Und tanken tut er auch. Der tankt natürlich, und zwar, der tankt Super. Nein, der tankt Super Plus. Super Plus, Vater. Ja, da, schau her. Wie ist denn überhaupt in seinem Konsumverhalten? Der kauft ein, und zwar ... Beim Tengelmann. Wo kauft der ein? Beim Tengelmann. Der kauft beim Tengelmann ein? Ja, sag einmal, das gibt's doch nicht. Ja, sind die mir alles deppen. Unser einer, der geht halt zum Aldi. Wie weit hättet der zum nächsten Aldi? Aldi is nit, aber der nächste Lidl. Der ist bloß 980 Meter von seinem Wohnzimmer weg. Und da ist der zu faul, dass er hinfällt. Das mag ich. Hartz IV und beim Käfer fressen. Unglaublich. Und Urlaub macht er sicher auch. Der fahrt im Urlaub und zwar zweimal im Jahr. Zweimal? Da schau her. Und zwar fahrt der ... Nach Österreich! Wo fahrt der hin? Nach Österreich! Der fahrt nach Österreich! Leute, jetzt weiß ich was. Sind die mir alles trocken? Das gibt's doch nicht. Ich bin dieses Jahr grad, dass ich noch 14 Tage nach Kapstadt gefahren bin. Sonst war nichts drin dieses Jahr. Dann fahrt der nach Österreich. Wo fahren Sie hin? Ich fahr jedes Jahr pauschal in die Dominikanische Republik. Und ich fahr heuer wieder auf die Seychellen. Für 780 Euro. Zwei Wochen. All inklusiv. Fünf-Sterne-Hotel. Fretret, Trinken und Essen. Und Transfer vom Hotel zum Flughafen. Und vom Flughafen zum Hotel. All inklusiv für 780 Euro. 780 Euro. Da könnt ihr höchstens zweimal in Österreich übernachten. Entschuldigung, wo hat denn der das Geld her? Wo hat denn der das Geld her? Erbschaft hat er keine gemacht. Da fahrt mir noch was, Herr Kropper. Wie spät haben Sie? Was haben Sie für Uhrzeit? 14.28. Also quasi drei. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Habe ich es nicht gesagt. Habe ich es noch gar nicht gesagt? Nein. Leute, ich muss heute noch etwas früher weg. Meine Nichte kauft sich heute einen Kamelhaumantel. Ja, aber was machen wir mit Herrn Rösner? Ja, was machen wir? Wenn wir jetzt noch unsere Kaffeepause berechnen, Chef, dann sind wir jetzt bereits acht Minuten nach Büroschluss. Das ist wahr. Trotzdem muss ich sagen, irgendwas stinkt da. Da stinkt was. Da ist was falsch. Das rieche ich doch. Der Kerl, der fahrt einen Vorwüller. Der kauft beim Ding ein. Tengelmann, Tengelmann. Der fahrt einen Urlaub. Österreich. Da stimmt was nicht. Jetzt schauen wir mal nach. Jetzt tun wir mal die Dinge einschalten. Tomografie. Kernspinnen. Ja, jetzt schauen wir nach. Gibt's doch nicht. Die medizinische Karriere verläuft normal. Einen Mumps hat er gehabt. Diphtherie. Gelbsucht. Hepatitis. Fekunäre. Schwinnzucht. Cholesterin. Hämoglobin. Einen Fußpilz hat er. Was hat er? Einen Fußpilz hat er. Einen Champignon Petestre hat er. Hämoglobin. Jetzt kommt's schon wieder. Was hat er für eine Blutgruppe? Blutgruppe ist Null, aber positiv. Einzig positive an dieser Null? Aber Chef, schauen sie mal genau hin. Da fehlt doch was. Wo fehlt was? Schauen sie mal im inneren Bereich. Schauen sie mal genau hin. Der hat ja bloß eine Niere. Wo hat denn der dann die andere? Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Halt es rein. Jetzt haben wir es. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's schon einen Job gefunden für mich. Das ist der Herr Rösner. Ja, Herr Rösner. Sie haben alles ausgefüllt? Ich hab korrekt alles ausgefüllt. Korrekt alles ausgefüllt. Vollständig. Sicher? Fühlen sich auch selber vollständig. Wie meinen Sie das? Also der Herr Rösner meint ja. So, Herr Rösner. Jetzt schauen wir mal. Kennen Sie diese Persönlichkeit? Noch nie gesehen? Nie gesehen. Okay, haben Sie ihn noch nie gesehen? Den sollten Sie aber kennen. Wissen Sie warum? Das sind nämlich Sie. Das ist bei Herrn Rösner, wie ein Leut tut lebt. Und jetzt passen Sie auf, Herr Rösner. Fehlt da nichts? Ja. Eine Haut. Ach, eine Haut. Da, 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 da. Herr Rösner, wollen Sie mal ein Faschensprinz werden oder sowas? So, jetzt schauen wir mal. Herr Rösner, den Herr, den kennen Sie, oder? Noch nie gesehen? Nie gesehen. Ich schwör's. Ich habe ihn noch nie gesehen. Okay. Haben Sie noch nie gesehen. Aber den sollten Sie ja kennen. Das ist der Mr. Smith. Meine Saga, Mrs. Sieppi. Das ist der Herr, dem Sie Ihre Niere verscheret haben. Out, outsourced hat er's. Jetzt halt mal. Moment mal. Ich habe meine Niere gespendet. Und warum soll das nicht erlaubt sein? Humanitär. Ja, vor allem gespendet. Humanitär. Am Finanzamt vorbei. An Hartz IV vorbei. An der Agentur vorbei. Okay. Schauen wir weiter. Da schauen wir weiter, Herr Rösner. Jetzt passen Sie auf. Jetzt werden wir noch einmal eine Frage stellen. Ja. Wissen Sie, wo das ist? Nein. Das wissen Sie nicht? Herr Rösner, ich sag Ihnen eins. Die Malediven sind das nicht. Okay. Das ist in Aachenkirch in Tirol. Das ist nämlich die Raiffeisenkasse. Okay. Das ist da, wo Sie das Geld für Ihre Niere deponiert haben, Herr Rösner. Für 4,3 Prozent? 4,1. Ja. Wir sind ein Bazar da drin. Nein. Das waren ursprünglich 49.000 Euro übrig geblieben. Sind jetzt noch 12.750 Euro. Ach so. Herr Rösner, wir haben ein Verständnis. Warum auch nicht? Das Leben ist einmal so. Nein. Kluck, kluck, kluck. Weinweibgesang am besten. Schwitz beim Pendelmann. Nein. Nein. Also gut, ich habe eine Niere verkauft. Aber mein Gott, von irgendwas muss man doch leben. Ja. Ihr habt keine Ahnung, was Hartz IV bedeutet. Ihr seid alle verbeamtet. Nein, Herr Rösner. Ihr erkennt doch das Leben. Herr Rösner, wir haben aber eine Formulierung für das, was Sie da begehen. Wir nennen das zum Beispiel vorsätzlichen Organunterschleif. Herr Rösner, jetzt sag ich Ihnen noch eins. Wenn Sie, wie Sie vorgeben, wieder zu Brot kommen wollen, dann schauen Sie, dass das Geld so schnell wie möglich wieder in Deutschland ist. Und wenn das Geld wieder auf einer deutschen Bank ist, dann gibt Ihnen vielleicht der Herr Kropper wieder einen Termin. Auf Wiederschauen, Herr Rösner. Das ist unglaublich. Sagen Sie mal, woher wissen Sie das Ganze eigentlich? Das Geld auf Sie ein Scheiß-Trikot, oder? Herr Rösner, das geht Sie einen feuchten Kehricht an. Ist das da? Aber es handelt sich hier um Datenschutz. Auf Wiederschauen! Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Ich brauche einen Kaffee. Ich brauch einen Kaffee. Ich brauche einen Kaffee. Ich pfache einen Kaffee. Dann kommen die herein... Nein? Prinzregender. Oder Schwarzwälder Kirsch, Prinzregendin? Ja, Prinzregendin, komm, ich sag Ihnen, nein, es ist, schauen Sie, jetzt will ich noch was sagen, selbst diese alten Ägypter, diese Pharaonen, dieser Echen Atom, die haben damals mit unqualifizierten Leuten die Pyramiden gebaut, glauben Sie, dass Sie mit so einem Kerl noch einmal eine Pyramide bauen? Ich nicht. Was ist, was, Spadelstechen? Das haben Sie gesagt, Spadelstecher? Ja, glauben Sie, dass so einer noch mal einen Spadel sticht? Ja, der doch nicht. Das kann ich auch nicht sagen, warum. Weil so einer wie der, der frisst ihn selber. So schaut das. Sind Sie ein armes Würstel, Sozialhilfe Empfänger, und dazu noch arbeitslos? Seit einem Jahr schon oder länger, haben Sie bei der Bank schon, seit länger meinen Hänger, wird Ihre Frau schon wieder schwamm und schwänger. Macht Ihre nächste Wattenzahlung Sie schon bang und bänger, sind Sie potenzieller Zahnersatzempfänger, macht der Anblick von einem mutterlosen Sie nervös und bleib, dann werden Sie doch einfach reich, dann werden Sie doch einfach reich, dann werden Sie doch einfach reich, und zwar nicht irgendwann, sondern am besten gleich, ja, gleich. Wollen Sie ja den Maybach nicht vom Einkommen absetzen, beim Apres-Ski in Dubai, vom Steuersparen schwätzen, am Weekend in Neuseeland, Helikopterhunting, oder am Grand Canyon, Banshee Charping, wollen Sie keine klasse Frauen, Supermodels, keine Schlampen, trotz Ihrer Visagen, und Ihrer Kalben und Bomben, na also, warum sagen Sie es nicht gleich, sagen Sie es nicht gleich, dann werden Sie doch einfach reich, dann werden Sie doch einfach reich, dann werden Sie doch einfach reich, und zwar nicht irgendwann, sondern am besten gleich, ja, gleich. Hören Sie endlich auf zu jammern, helfen Sie sich allein, es warten zu Wachsraten, in der Schweiz und lichten Spahn, nur Cash auf Ihrem Konto zählt, und ist sozial, Sie müssen eine Drecksau werden, rücksichtslos brutal, kassieren Sie ohne Skrupel, ohne falsche Scham, machen Sie es doch einfach, wie der Ackermann, dass Armut mit Geld gar nicht möglich ist, das merken Sie dann gleich, merken Sie dann gleich, drum werden Sie doch einfach reich, drum werden Sie doch einfach reich, drum werden Sie doch einfach reich, und zwar nicht irgendwann, sondern am besten gleich, ja, gleich. Rapp, 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 rapp! Ach, was ist denn das für eine Brühe, Mensch! Fui Teufel! Ich bin wirklich, also ich mit mir ist nicht, ich bin fix und foxy. Ich kann nur sagen, fix und foxy. Diese ganze Weihnachts-, diese Bethlehem-Dings, das hört ja nicht mehr auf. Das ist ja, wissen Sie, wir sponsern jetzt, wir müssen weihnachtlich natürlich immer sponsern, natürlich machen wir das gerne, das muss sein, aber ich komme gerade aus einer Trüffel-Rallye heraus. Das haben wir jetzt gemacht zugunsten der Neger da unten in Südafrika. Entschuldigen Sie den Ausdruck, ich sage Schwarzafrikaner natürlich. Dass die da diese WM zustande bringen und da macht man das eben. Und damit die da wieder, und dann geht es los. Dann hatten wir doch diese, dann hatten wir auch, das haben wir gesponsert. Das war ein internationales Wetttrinken zugunsten der Aktion Mensch. Ja, und stell dir vor, ich habe heute auch noch, wir haben heute Abend, sponsern wir auch wieder, das ist so ein Lobster-Festival, zugunsten der Tiramisu-Geschädigten. Also ich sage Ihnen, nein, das macht einen, wissen Sie, also ich meine, ich fresse den Trüffel, damit diese Neger zu was kommen, aber, nein, Entschuldigen Sie, aber ich meine, man muss die Sachen mal ganz klar fassen. Ich meine, wir Deutsche sind doch auch froh, dass wir diese WM hatten, dass das gesponsert wird, ohne diese Brauereien, wie die da alle heißen, Bitburg und wie die alle heißen, Kronenbacher und wie die, wir hätten doch die WM niemals zustande gebracht, niemals. Und wir, ich meine, das ist für das deutsche Imaging, war das lebensnotwendig. Ich will mal was sagen, ich meine, in Deutschland, wir können nicht immer zehren, das folgt der Dichter und Denker. Entschuldigung, gehen Sie mal nach Borne und fragen Sie, wer Schiller und Goethe ist. Kein Schwanz weiß das. Und so war es ja dringend notwendig, dass wir Deutsche mal global wieder präsent sind, nicht wahr, dass wir da mal wieder Flagge zeigen und zeigen, wir haben Dichter und Denker und Leute, die reden können. Nicht, wenn die mal Leute sehen wie einen Beckenbau oder einen Netzer, nicht, dann haben die Respekt, nicht, aber nur so geht's. Was meinen Sie? Nein, ich meine, ohne Sponsoring, das ist heute, nicht Mäzen, ich spreche nicht von Mäzen. Der Mäzen, der scheißt alles mit Geld zu und wieder ab nach Richtenstein. Verstehen Sie, das ist es nicht. Ich meine, Sponsoring, das braucht ein Feedback, Input, Output, anders geht es nicht. Glauben Sie mir, selbst wenn der Vatikan heute ein Mega-Event abwackelt, ja, sowas wie Ur wird Orbi, ja, dann haben die einen Sponsor. Und der Sponsor heißt genau Heineken. Die arbeiten mit Heineken zusammen. Ja, natürlich, natürlich haben Sie recht, logisch, ich kann mir die Frage stellen, muss ich zu einer Oblate ein Heineken saufen? Die Frage ist berechtigt. Ich würde auch lieber einen Augustiner dazu trinken, verstehen Sie, logisch. Ja, aber ich meine, nein, aber schauen Sie, was wir heute alles, selbst die Fernsehsendungen, News, alles was da kommt, verdanken wir den Sponsoren. Wenn Sie heute sehen, dass da in Kabul irgendein Bus in die Luft fliegt, ne, diese ganze, den Bagdad, scheißegal, den Krieg zahlen schon die Amerikaner, nicht? Aber die Bildqualität, ohne Warsteiner undenkbar, verstehen Sie, nicht? Und irgendjemand haut da noch Musik rein, damit das Stimmen, dass das rüberkommt. Das ist so. Wir müssen heute ohne Sponsoring, selbst Moral, Moral braucht ein Sponsoring, nicht? Und wenn es heute möglich sein soll, dass in diesem Land nochmal ein kritischer Kopf, betone, ein kritischer Kopf, ja, mal unabhängig von seiner persönlichen Meinung, ja, sich hinstellen kann und sich für einen Möbelgiganten einsetzt oder so. Das ist doch, ohne Sponsoring ist doch das gar nicht machbar. Und warum, warum? Der Staat hat kein Geld, die sind doch pleite, die haben nichts mehr. Der Staat hat sich bisher eher die Schulden, was die sich angezogen haben, das ist enorm. Milliarden, was die zahlen, nicht? Denken Sie mal, irgendwas, zum Beispiel der Umzug dieser Spione von München-Pullach nach Berlin. Da hat doch der Politiker recht, wenn er sagt, das kann ich doch mit einer einzigen Nullrunde bei den Rentnern nicht finanzieren. Da müssen die schon ein paar Runden drehen. Was sagen Sie, Karussell fahren? Das haben Sie gesagt, das ist gut. Ja, ja, genau. Schauen Sie, ich war ja mal, ich war mal versucht, also ich war mal nahe dran, also ich war so ein Spion. Ich wollte jemandem so eine Okkasion geben, schwarz nebenher, dass er mal ein bisschen bei mir, für mich tätig ist, weil ich bin, ich mach kein Jedes raus, nicht wahr? Ja, ich bin ein Besserverdienender, aber glauben Sie mir, ich hab kein Problem damit. Äh, wissen Sie, nein, weil ich mir manchmal sage, wo geht denn mein schönes Geld hin? Nicht, wo geht das hin? Jetzt hab ich meiner Frau schon Maximilianstraßenverbot erteilt, aber da scheint es Nebenpfade zu geben, nicht? Jetzt dachte ich, setzt du mal so einen Spion an, damit der da eruiert. Aber mit Spionen was zusammen zu machen, na, also die sind doch, die sind doch gaga. Mit Geld haben die überhaupt nichts in Sinn. Mit Geld, die sind ja abgehoben. Als ich das gelesen habe, dass so ein Spion, dass so ein Spion, also einer für um drei Leutchen umzubringen, Polonium benutzt, das muss man sich mal vorstellen. Also unrentabler geht's nicht. Polonium wegen drei Leutchen, also nichts gegen meine Frau, ich schätze sie sehr, aber Polonium. Nein, also, das wären wir zu teuer. Was? Ich würde zu dem Spion sagen, pass auf, Freund, du arbeitest konservativ, wie früher, mit Rackengift und damit bleibst du. Hat mich sehr gefreut, mal vor Weihnachten nochmal mit Ihnen geplaudert zu haben. Guten Abend. Wir sind die stolzen Oberlandler vom Tegernseerland. Wir haben den schönsten See der Welt und schönste Prachten gewandt. Wir schauen auf unsere Tegernverlauf, die heiße Schmuck und schön. Wir haben ein Bärgespielbank und eine Beauty-Farm am See. Wir sind eine gestandene Bayern mit euren Traditionen. Wir mögen keine Preisen, außer sie haben ein paar Millionen. Wir sind tolerant und liberal, aber blöd sind wir nicht im Hirn. Wir lassen uns in den Dringezängen, 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 Dringezängen. Wir lassen uns in den Dringezängen, 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 Dringezängen. Liberal sind wir schon, aber nicht blöd. Ist wahr oder nicht. Dürft denn das sei, dass ein Lehrer die Allgemeinheit um a 10 Millionen Spende bringe, weil es mit Fleiß gegen die Umbenennung vom Tegernseer in bei seinem Gymnasium stimme. Dürft denn das sei, dass man heutzutags, wo es der Jugend bei uns an große Vorbilder fällt, an Milliardär als Steuerflüchtling beschimpft, obwohl er in der Schweiz seine Steuern zahlt. Dürft denn das sei, dass man unseren Ehrenbürger bei sein, die steuert ausgefahrt, bloß weil als 20-jähriges Kind bei der SS-Leibstandarte Hitler war. Dürft denn das sei, dass der Beamte die Schmarotzer an diesen Ehrenmann hierrotzen. Ja, freilich, aber es darf nicht sein. Samen futzen, s. ne. futzen,��. futzen,��. futzen, s. ne. futzen, gjortsel. So lang bis hyra vergeht, is wahr oder nicht, wer ist? Holla Jodi, holla Jodi, holla Jodi, holla Jodi, hei ho, holla Jodi, holla Jodi, hei ho! Wir verlangen, dass wir den Namen und Adressen an den Mordhof unschlackt! Wir verlangen! Dass wir den Lehrer auf den Gast zum Tal rausjuckt! Wir verlangen! Schluss mit linker Geschichtsfälschung von so einem Weltbekehrer! Wir verlangen! Wir verlangen! Bayerische Schüler wertzeitigen seuchterne Lehrer! Wir verlangen! Wenn ein Mündner Gymnasium den Namen Sophie Scholl trägt! Wir verlangen! Dass man dann auch zu den Beißen im Gymnasium Ja sagt! Wir verlangen! Weg mit dem Geschwirl aber gleich! Tricksai! 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 Gehen, du gnadenreicher Professor Beisheim, wir knien all hier, streck uns dein Arsch her, wir lecken in dir und legst noch ein Millionen drauf, dann leck man nochmal und der Felix, deine Bürgermeister vom Tegernseertal. Was ist das? Was soll das sein? Ja, was ist jetzt das? Da. Habt ihr gefräst, he? Also, ein Hirn wie ein Spatz. Also, da muss ich sagen, da bin ich herum. Da habe ich keine Probleme, Gott sei Dank. Ich meine, Entschuldigung, das merkt man sich. Was diese Schmierenten, was diese Schmierenten, diese Schmierer, diese Bagage, was die in die Zeitungen reinschreiben, um einen fertig zu machen, das ist es doch. Aber, nein, das langt Ihnen nicht. Nicht nur, dass Sie da Hetzkampagnen und sowas machen. Am liebsten wäre, am allerliebsten wäre Ihnen ein Pranger. Ein Pranger, hinstehen und jeder, der vorbeigeht, darf einen dann. Das möchten die. Hey, ich weiß es doch, was Sie wollen. Wann fertig machen, dass die wilde Hatz, das Hallali wird geblasen. Das Hallali, was Sie haben, fertig machen wollen, das ist es doch. Diese Saubergarsch. Ah, ich kenn's doch, wissen Sie, ich darf euch nicht sagen. Fragen Sie doch mal, schauen Sie, ich bin eben, nur damit Sie informiert sind, seit 15 Generationen sind wir im Fleischgewerbe tätig. Ich bin im Fleischmanagement groß geworden. Ich weiß mal, ich war Unternehmer des Jahres, nur damit das gar ist. Ich brauch da keine irgendwie gearteten. Aber bitte fragen Sie mal, damit Sie sehen, was das ein Blödsinn ist, was die in die Zeitungen schreiben. Fragen Sie mal einen Veterinär, fragen Sie an, fragen Sie einen doch. Nein, und wenn Sie keinen können, binden Sie sich an mich. Ich habe Adressen, gell. Ich würde Ihnen das bestätigen. An meinem Fleisch ist noch nie jemand gestorben. Ja, was gibt's denn heil auf g'nacht? Ja, was gibt's denn heil auf g'nacht? Heil gibt's a Rera-Guh, a Rera-Guh, a Rera-Guh. Ja, da wisse ich was Feines von der Todensauerschweines. Aber heil gibt's a Rera-Guh, a Rera-Guh, a Rera-Guh auf g'nacht. A Rera-Guh. Und wenn er dran gestorben ist, muss er vorher was gehabt haben. Anders geht's nicht. Ich hab doch noch nie jemanden. Glauben Sie, dass ich jemanden bestechen muss? Ich hab noch nie jemanden. Ach, Korruption. Warum? Brauch ich nicht. Ich kann es ja Gott sei Dank beweisen. Ich kann es ja beweisen. Gott sei Dank. Sonst war ja, warum ich es beweisen kann, weil ich seit Kleinkind auf Mitglied in der Partei bin. Ich hab ja die Mitgliedschaft von meinem Taufpaden bekommen. Als Taufgeschenk. Damit ich niemals in Verlegenheit kommen muss, einen bestechen zu müssen. Haben Sie mir das verstanden? Dann bin ich, jetzt sag ich Ihnen noch was. Wenn ich als freier Unternehmer, der ich bin, wenn ich als freier Unternehmer die Gutachten über mein Fleisch aus eigener Tasche bezahle. Ja, hör Gott, nein, dann kann ich doch auch einmal ein Gutachten verlangen, wo man sagt, Jawohl, das ist ein Gutachten. Die hetzen ja, wenn Sie dann ja die Leute aufhetzen. Aufhetzen, 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 aufhetzen. Nein, hysterisch machen. Nein, das ist ja klar. Ich seh's ja von Weitem. Ich seh's ja von Weitem, wenn Sie kommen, die Fragesteller. Ja, ist ja klar, weil Sie verunsichert sind. Die Fragen drücken von unten herauf. Ja, na, sieh ich schon. Mhm, gleich wird er kommen mit der Frage. Aber er kommt nicht direkt auf dich zu. Nein. In die Augen schauen Sie dir auch nicht. Sie kommen verdraht, so wie die Jesuiten kommen es daher. Hey. Und dann weiß ich, hopp, jetzt kommt die Frage und dann ist sie da. Ja, können Sie mir sagen, woher das Fleisch ist? Hören Sie mir sagen, woher das Fleisch ist? Hören Sie mir sagen, woher das Fleisch ist? Hören Sie mir sagen, woher das Fleisch ist? Können Sie mir sagen, woher das Fleisch ist? Sag ich, ja, das kann ich. Aus meiner Kühltruhe. Hey. Woher denn sonst? Ja, sind Sie mir nicht böse. Ein Hirsch zum Beispiel, ja, beispielsweise, ist ein ambulantes Viech. Ja. Wenn ein Hirsch aus der Hohen Tatra, wo der vorher war, das weiß ich nicht. Hm? So ein Framzen selber, vielleicht sagt er es Ihnen. Können Sie sehen, dass er sich ein bisschen umschaut, ein bisschen in Polen herum. Vielleicht war er ein Weißruss, dann war es auch sehen. Und wenn es so gewesen sein sollte, dass der Hirsch in der Ukraine war und dort eingefroren, worden sein sollte, auch das weiß ich. Hey, das weiß man nämlich. In der Ukraine gibt es Stromausfälle. Leider Gottes. Und wenn einmal drei Wochen kein Strom zur Verfügung steht, das lässt einen Hirsch nicht kalt. Oder? Und wissen Sie, was mich am meisten aufregt an dieser Sauberkarsch. Hey, weil Sie, weil Sie nur, nur mit Dreck schleudern. Nein, dass Sie auf mich losgehen. Das ist klar. Wir wollen Sie ein Teuch reinhauen. Nein, wir wollen Sie umbringen. Ist ja logisch. Aber Sie gehen auf die Kleinen. Auf die, die sich nicht wehren können. Auf die gehen Sie los. Hey. Und das verlangt die Moral, dass man sich vor diese Leute hinstellt. Und ich stelle mich vor diese Leute hin und sage, dass meine Mitarbeiter, meine Schlawaken, fleißige Leute, ich sage Hut ab, Chapeau. Tag und Nacht sind die mit dem Dampfstrahl über das Fleisch drüber gegangen. Da sind die Maden wie der Schnee raus. Da war doch keine Maden mehr drin. Aber man möchte alles madig machen. Alles madig machen. Das ist doch das, was die wollen. Nichts anderes. Und dann diese Pharisäer. Hey. Ja, der Unternehmer. Unternehmer. Jetzt muss er flexibel sein. Flexibel. Der Gaben in dem Bockel zur Wand steht, muss ich flexibel sein. Nein, mir bleibt doch nichts anderes übrig als flexibel sein. Was soll ich denn machen? Und ich werde flexibel sein. Ich verkaufe meine Salmonellen extra. Da werden die sterben. Was? Ich lasse meine Trichinen durch den Ebay durchpfeifen. Da werden die spitzen. Nein. So ist es. Aber jetzt im Ernst, eines sage ich Ihnen. Ich lasse ein mikrobiologisches Gutachten anfertigen. Da drum in, sagen Sie es, in Riga. Das ist da drum. Das zahlt Brüssel. Und ich habe auch schon einen Expodeur an der Hand. Das ist ein Ungar. Das zahlt auch Brüssel. Weil ich sage, das Fleisch hier in Europa hat keine Zukunft. Für die nächsten Jahre nicht. Ich sage, das ist das Fleisch hinaus. Alles raus aus Europa. Alles raus aus Europa. Bringst du es raus. Alles nach Lichtenstein. Alles in Lichtenstein, in Fadutz, Eneisen. Und wenn sich das Fleisch nach 18 Jahren oder sowas erholt hat, dann mache ich einen Reh-Import. Verstehen Sie? Und dann werden wir sehen, ob dieses Fleisch nicht doch noch einmal auf einem bayerischen Seniorenteller kommt. Aber wissen Sie, ich bin auch nur ein Mensch. Und wenn man ständig mit Dreck beschmissen wird, ich kann nicht mehr. Ich kriege auch, ich schwitze im Bett. Ich drehe mich rum wie ein Probella. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe Halluzinationenerscheinungen. Ich... 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 Da geht es jetzt schon los. Hören Sie es? Das ist Hallali. Da, schon wieder das Hallali. Hören Sie es doch? Das ist das Hallali. Da. Geh weg. Da ist ja ein Sinn. Da ist er. Sehen Sie, jetzt geht er da rüber. Das ist ein Elch. Der geht da rüber. Hau ab, du blödes Viech. Geh weg. Und da sind Kängurus. Käng. Und Alligator. Und der Vogel Strauß. Die gehen jetzt alle in meine Haschee-Maschine. Jetzt kommen sie als Leberkäse wieder heraus. Ich kann nicht mehr. Heiliger Seehofer, hilf. Ich kann nicht mehr. Ich werde so viel egal. Die Menschheit tut heit vieles blomm. Hört's, was die eugen Bauernregeln song. Hör-Uli-Jah. Wenn ein Lüchzmes wieder länger die Tag. Hör-Uli-Jah. Hör-Uli-Jah. Wird's Zeit für den ersten Subventionsantrag. Hör-Uli-Jah. Hör-Uli-Jah. Das heißt schon, die Ratzfelder blühen. Ruulia, Ruulia. Braucht der Bauer das Jahr ein bisschen mehr Nitrofosca-Methylenathrazin. Ruulia, Ruulia. Wird im April der Spargel schießen. Ruulia, Ruulia. Fahrt jung bei den Aufschromhausen zum Piersen. Ruulia, Ruulia. Schlagen die Bäume aus im Mai. Ruulia, Ruulia. Fahrt der Bauer das Jahr zum Mästen in Tschechei. Ruulia, Ruulia. Fällt ein warmer Regen am Tag von der Heiligen Hedes. Ruulia, Ruulia. Kauft der Bauer ein 500er Mercedes. Ruulia, Ruulia. Ist am Tag von der Heiligen Hedes aber mit warmen Regen vorbei. Ruulia, Ruulia, Ruulia. Kauft der Bauer bloß ein Hühantai. Ruulia, Ruulia. Ist der Sommer kalt oder warm? Ruulia, Ruulia, Ruulia. Der Bauer jammert das Gott der Barm. Ruulia, Ruulia. Ist der Sommer trocken oder nass? Ruulia, Ruulia. Ja, macht ihm's jammer noch mehr Spaß. Gibt's nach Jakobi zum Essen Kraut und Würsching. Alle Tag. Ruulia, Ruulia. Brummt am Bauern sein Biogasanlag. Ruulia, Ruulia. Kostet ein Haldi, der Liter Milch bloß noch 29 Cent. Ruulia, Ruulia. Kann sein, dass bei der Liedl brennt. Ruulia, Ruulia. Steht nach Allerheiligen noch auf dem Feld das Korn. Ruulia, Ruulia, Ruulia. Ja, ist's wahrscheinlich vergessen worden. Ruulia, Ruulia. An Maria Himmel war, an Maria verkündigt. Fingis. An Maria empfängt es in Gottes Namen. Ruulia, Ruulia. Kommt der Tierarzt zum Besamen. Ruulia, Ruulia. Ist im November trübe und grau. Ruulia, Ruulia. Macht der Jungbau mit beim Casting. Bauersuchtfrau. Ruulia, Ruulia. Ruulia, Ruulia, Ruulia. Ist mit den Subventionen alles klar. Ruulia, Ruulia, Ruulia. Macht der Bauer bei der Wahl sein Kreuzl, wo's allweil schon war. Ruulia, Ruulia, Ruulia. Ist Weihnachten wieder im Dezember? Ruulia, Ruulia. Gibt's den neuen Bauernbauernkalender? Ruulia, Ruulia. Ruulia, Ruulia, Ruulia. Ruulia, 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 Ruulia. Also, ich muss wirklich sagen, wenn man in der Früh fernschaut und dann ziehe ich es in der Frühgymnastik, dann mache ich so. Äh, äh, nein, mit so einer Legend. Also, dass Gesundheit so traurig macht, das ist ja unwerflich. Also, ganz ehrlich, wenn ich in der Früh, wenn mir einer sagt, du kriegst auf die Nacht ein Wiener Schnitzel, da mach ich keine Gymnastik, da mach ich einen Freudensprung. Nein, aber ich muss sagen, ich, weißt, ein bisschen Gaudi. Ich hab manchmal das Gefühl, die Leute haben die Gaudi nimmer so. Ich weiß nicht, irgendwie, weißt du, dass du sagst, das ist ein bisschen Lehm, komm, geh weiter. Ja, ja, das ist doch schön, ja, ja, wir, und, und, ja, weißt du, dass man mal ja sagt. Du, wie oft hab ich schon ja gesagt. Das zähl ich nicht, gell. Aber nicht bloß ja, sogar jawohl. Nein. Du, und drum, ich hab auch kein Problem. Ich hab kein Problem, ich stell mich jederzeit daher. Jederzeit und sag ein klares, eindeutiges Ja zum Nein zu Europa. Was? Naja, nix überstürzen, das hat damit zu tun, weißt du, ich sag halt, ich hab die Zeit nicht mehr. Es ist zu schade, um die Zeit, da bei dem Fernseher, komm her, auf den Schmarrn, schau ich mir doch nimmer an. Wenn ich fernschaue, nur noch interessante Sachen, wo man was lernt, wo man was profitiert. Sachen wie Geschichte, so History und solche Sachen, ja, da lernt man was. Und ich muss das zugeben, ich sag das selber, ich hab's ja nicht gewusst. Muss ich zugeben, ich hab's nicht gewusst, wie weit das Geschichte zurückgeht. Wahnsinn, manchmal denkt man, jetzt geht's nicht mehr zurück, dann geht das nochmal hinten. Sagenhaft, brutal. Ja, weil vor diesen Römern waren auch schon irgendwelche Kratler. Ja, die haben so Höhlen beschmiert und solche Sachen gemacht. Das ist hochinteressant. Das ist hochinteressant. Ich mein, gut, ich schau jetzt nicht nur Geschichte, das wär jetzt fast einseitig. Ich schau mir schon auch einmal einen Tierfilm. Schönen Tierfilm. Einmal einen Fisch. Nein. Schau ich mir einen Fisch an. Aber Geschichte fasziniert mich besonders. Geschichte ist einfach, weißt du, und ich muss wirklich sagen, das ist manchmal, also wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, ist man manchmal zu sagen, ja, Herrgott, was ist denn da heute los? Haben denn die Leute gar keine Substanz mehr irgendwie? Nein? Das ist schon enorm. Du, da gibt es Leute. Das glaubt man nicht. Die essen eine Leberknödelsuppe, dann eine Schweinshaxe mit zwei Knödeln, Blaugraut, Beilagen, anschließend noch einen Pallatschinken, aber haben von Geschichte keine Ahnung. Ja, weil man sagt, ist das überhaupt möglich? Aber das ist möglich. Nein, also du, ich muss wirklich sagen, wenn ich, also Geschichte, ich muss ein bisschen was wissen. Wenn ich heute hier in unserem Land anfrage, können Sie mir zum Beispiel etwas über die Geschichte Bayerns in Europa erklären? Hier, mitten im Zentrum, null Response. Du, das ist mager. Du musst ein bisschen was wissen. Und das sind jetzt, was ich jetzt erzähle, sind Fakten. Ich erzähle überhaupt nur noch Fakten. Alles andere hat gar keinen Sinn. Das stimmt, das kann man nachlesen. Zum Beispiel ohne uns Bayern. Das ist hochinteressant. Ohne uns Bayern gäbe es ja heute in ganz Europa, nirgendwo, aber auch nirgendwo, irgendwo ein Wiener Schnitzel. Weil das Wiener Schnitzel, das haben wir Bayern in der Schlacht bei Wien erobert. Ja, oder glaubst du, diese Türken hätten das Rezept freiwillig herausgerückt? So schaut's aus. Ich hab nix gegen die Türken, die Türken sind mir wurscht. Entschuldigung, was interessieren mich die Türken? Aber Fakten sind oder ist, nirgendwo, 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 nirgendwo. Also da muss ich doch Geschichte, das ist ja vor allem die europäische Geschichte. Das ist ja nicht so, dass diese Geschichte, weißt du, das ist ja wahnsinnig, äh, Dings, nirgendwo, das fängt, die haben damals schon so Stiere geschlachtet. Und dann haben die, die sind ja, also damals, nirgendwo, das sind, das muss man sich vorstellen, in Europa. Okay, früher, also das, da sind ja die einen nach Europa hereingekommen, wo die anderen noch gar nicht da waren. Okay, das ist ja das Unglaubliche. Und die Gletscher waren ja viel weiter oben, noch links. Okay, und dann kamen diese Päpste staccatoartig daher. Und die Wälder waren Buchenwälder, alles Buchenholz, sonst hätten wir ja diese Hexen alle nicht verbrennen können. Und so muss man sich, äh, 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 Geschichte vorstellen, verstehst du? Das ist Europa. Nun, bitte? Das ist dir zu abstrakt? Ja, sind wir nicht böse, also was heißt da abstrakt? Also ein bisschen ein Niveau muss man schon haben, ne? Also sonst, ne? Was? Ja, ich meine, ich kann das, man kann es auch einfacher erklären. Die europäische Geschichte kann ich einfacher auch erklären. Nichts für ungut. Ich kann es ihm auch so erklären. Also pass auf, sagen wir mal so. Wo fangen wir an? Ähm, sagen wir mal, du möchtest ein Einfamilienhaus bauen. Er möchte ein Einfamilienhaus bauen, er hat noch keins. Okay? So, und wo gehst du dann hin? Wohin? Bitte? Wo? Ins Bauamt, genau. Er geht ins Bauamt. Richtig. So, und wer hockt in diesem Bauamt drin, bitte? Einen, wie wir sagen, ein Geschwollschädel, genau. Bitte? Ja, ja, eigentlich sind es zwei. Ne? Aber der andere ist auf Kur. Ne? So. Jetzt, Moment. Was? Was? Bitte? Was? Was? Was macht der Geschwollschädel? Ne? Ne? Ja, der bremst. Der blockiert alles. Ne? Der will alles verhindern. Wie man sagt, auf irgendeinem Verblü. Ne? Was soll er jetzt machen? Was machst du jetzt? Nimmst du einen Anwalt? Einen Anwalt? Einen Anwalt? Einen guten Anwalt? Okay. Aber ich sag dir gleich. Wenn du einen Anwalt nimmst, dann baust du kein Haus mehr. Gell? Was? Ja, der Anwalt schon, aber ehrlich bin ich. Na klar. So. Und jetzt? Und jetzt sind wir bei Europa. Jetzt sind wir mittendrin in der History. Ne? Ja klar, weil da gibt es alte Rezepte. Hey? Da machst du folgendes. Da nimmst du ein Buch, ein Schmöcker, ein Schwarten. Hey? Da tust du die Geldscheine einsortieren. Einen Schein nach dem anderen, das Buch zuglappen, Geschenkpapier, Schleiferl drüber. Und mit diesem Buch gehst du wieder zum Geschwollschädel. Und sagst du, da hab ich einer was mitgebracht, schauen Sie mal rein. Der schaut rein, was sagt der Geschwollschädel? Der sagt, hochinteressant. Dann sagst du, nein, nein, ab Seite 200 wird es noch spannender. Ist ja klar, der Bau, der läuft wie geschmiert. Aber das ist doch nicht das Problem. Deshalb erzähl ich es nicht. Warum erzähl ich es? Weil das Ganze mit Korruption und Bestechung nichts zu tun hat. Das ist das Interessante. Weil das Ganze ist eine uralte bayerisch-byzantinische Tradition. Das ist Europa. Verstehst du? So schaut es aus. Ich meine, ich könnte da... Zum Beispiel, grüß Gott, Herr Topka. Ich erzähl da noch, das hat sehr viel mit Europa zu tun, was ich jetzt sage. Folgendes. Ich war im Wirtshaus. Sitze im Wirtshaus. Und zwar wann? Moment, wann? Jetzt muss ich sinnieren. Ich war im Wirtshaus... Gestern. Gestern. Gestern, ja, genau. Sitze gestern im Wirtshaus drin. An meinem Tisch hockt ein Fremder. Ziemlich fremd. Fremdling. Nein. Komme aber mit ihm ins Gespräch. Stellt sich heraus, er war ein Finne. Ich habe nur gesagt, was sind Sie? Ein Finne. Er sagt, er ist ein Finne. Dann sage ich, ja, verreck. Nein, weil ich habe noch nie ein Finne gesehen. Ehrlich gesagt. Ich kenne Chinesen, Neger, das ganze Zeug kenne ich. Aber Finnen habe ich nie gesehen. Da hast du schon einmal einen lebendigen Finnen gesehen. Ich muss allerdings sagen, der Mann war glaubwürdig. Er war authentisch, weil er hat mir dann seinen Bierdeckel gezeigt. Und da hat er 18 Schnaps draufgehalten. Nein, nein, es war schon ein Finne. Aber Finne, dann denke ich noch, dann kommt ihr das. Dann fängt es bei mir zum Rattern an. Finland, Finne, denke ich. Finne. Ja, Herr Doktor, genau. Finland, denke ich, Pisa. Immer wenn ich in die Zeitung reinschaue, dann lese ich, muss ich lesen, Finland bereits wieder Pisa-Sieger. Diese Finnen gewinnen ständig in diesen Pisa. Jetzt habe ich ihn gefragt, sage ich Sie, Entschuldigung. Aber wenn Sie Finne sind, seid ihr Finnen derartig geistig drauf? Seid ihr so gebildet, dass man sagt, leckt mich an den Arsch? Dann sagt der Mann, ja, das stimmt. Dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt nun wirklich eine Frechheit. Das muss ich mir von einem Finnen nicht bieten lassen. Jetzt mache ich einmal einen Pisa-Check mit ihm. Jetzt schauen wir mal, jetzt drehen wir den Spieß um. Dann habe ich zu ihm gesagt, Sie, wenn Sie ja Finne sind und immer so gescheit, darf ich Ihnen auch einmal eine Frage stellen, Sie Finne? Nein, nur eine Frage sage ich, das genügt mir. Dann hat er gesagt, ja, ich darf fragen. Dann habe ich ihn auch gefragt. Dann habe ich gesagt, Sie, wenn Sie so viel wissen, kennen Sie die Schlacht von Amping? Keine Ahnung, der hat's wurscht. Da siehst du das. Also unglaublich, da siehst du, der Pisa-Sieger kennt noch nicht einmal die Schlacht von Amping. Da siehst du, wie wir Bayern beschissen werden von diesen Finnen. Das ist doch das Letzte. Also die Schlacht von Amping kennt doch jeder, jedes Kind. Ist ja klar, die einzige Schlacht, wo wir Bayern gewonnen haben. Ja, Moment, das ist jetzt ein anderes Kapitel. Wir können uns heute, das sage ich immer wieder, ich betone das, die Finger abschlecken, dass wir die Schlacht von Amping gewonnen haben. Weil wenn wir die auch noch verloren hätten, ja, Moment, was wäre denn heute? Was wäre denn heute? Die ganze Gewälzen? Dann werden wir heute in Bayern alles haben, wie wir da sind, heute Österreicher. Wo fahren wir denn dann bitte zum Benzintanken hin? Das ist History. Und wenn ich das vielleicht noch sage, ich sage das jetzt nur, weil, ich meine, was ist denn, Entschuldigung, wenn ich Europa überhaupt wohin tautet? Ja, vorausgesetzt. Dann kann ich mit Provinzler, mit Analphabeten, mit irgendwelchen Grattlern kann ich doch kein Europa bauen. Da brauche ich Europäer dazu. Da brauche ich Leute, die ein international Flair haben, ein international Horizont. Da brauche ich Leute, die internationale, was? Da brauche ich, ja, Leute, das stimmt. Leute wie einen hinreiner Rudi. Gut, der Rudi kann kein Englisch, aber der frisst ein Sushi. Und sogar Roh. Und der Vater, der sauft einen Bartolino. Und der macht Nordic Walking. Der ist europäisch eingestellt. Der hat ja, der fährt einen Mitsubishi. Der hat ja, der ist international, weil seine Frau ist eine Thai-Frau. Das ist eine, was? Die dritte. Das ist schon die dritte jetzt. Das ist jetzt seine dritte. Das spielt keine Rolle, aber das ist interessant, was er sagt. Das ist jetzt zwar ein anderes Kapitel, aber der Rudi sagt, das finde ich interessant, er sagt, die Thai-Frau, so sagt er, zum Anschauen, sicher sagt er, sie sind anmutig, aber haltbar sind sie nicht, sagt er. Nein, weil der Rudi sagt, er hätte, wenn es nach ihm gegangen wäre, jederzeit eine europäische Frau geelicht. Jederzeit. Polin, Ungarin, scheißegal, sogar Deutsche. Aber der Rudi sagt, und das finde ich interessant, er sagt, die deutsche Frau, gerade die deutsche Frau, hat sich in der letzten Zeit mit diesem zunehmenden Selbstbewusstsein im Grunde selber sehr geschadet. Du musst nochmal drüber nachdenken. Das sagt nicht ich, das sagt nicht ich, das sagt ein Hinrenner Rudi. Und wenn ich das vielleicht noch... Nein, Entschuldigung, was ist denn an Europa, was ist denn da neu? Was ist denn bitte da neu? Das ist doch eine Mottenkugel. Ist doch nichts Neues über Europa. Das ranzelt doch schon diese Griechen. Diese alten Griechen haben immer den Traum von Europa, Europa-Traum. Ja, Entschuldigung, ich bin kein Grieche. Ich werde auch keiner mehr. Muss ich denn jeden Traum realisieren? Muss ich das? Geh, 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 geh auf! Muss ich jeden Traum in die Wirklichkeit umsetzen? Muss ich das? Geh, 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 geh auf! Schau her, meine Frau, die träumt seit zehn Jahren, genügt nicht, träumt sie von einem neuen Schlafzimmer. Excuse me, ich brauch keins. Aber ich lass ihr ihre Träume. Das hat den Vorteil, ich schlaf besser und sie hat noch einen Traum. Das heißt, einen Traum hätt ich noch. Das ist mein letzter Traum, mein allerletzter Traum. Einmal noch, einmal in meinem Leben. 14 Tage nach Mallorca. 14 Tage. Ohne dass mich jemand zwingt, auch nur eine Paella zu fressen. Ola, ola, ola! Ola, ola, ola! Ola, 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 ola! Ola, 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 ola! Ola, 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 ola! Ola, 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 ola Musik 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 Frauen, in der Alegzriehe, Ayii, 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 Ayii! Mientras tanto es Paranis. Allí, 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 allí. Allendrio. Öha. Mens, Rudi. Nein, Rudi, du, ich habe jetzt wirklich gar Zeit. Nein, ich habe keine Zeit, Rudi. Da sind ein paar Leute da. Nein. 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 Ach so? Ehrlich? Bist du wahnsinnig? Nein. Du weißt, was ich mache. Ich sage den Leuten, ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt gehen. Ja, ich komme sofort. Ich bin gleich da. Rudi. Servus. Entschuldigen Sie, aber ich muss gleich gehen. Weil ich habe keine Zeit. Weil ich habe, das hat mit Weihnachten zu tun. Ich hätte das, das ist ein Wahnsinn. Ich kann es Ihnen nur kurz erklären, weil das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe, es ist so, ich sammle ja die CSU. Also ich habe einen Original Höcherl mit Unterschrift. Tandler auch. Natürlich, die habe ich alle. Die ganzen Heiligen. Ich habe einen Ochsensepp. Nein. Bitte. Einen Old Schwurhänd habe ich auch. Freilich. Vom Old Schwurhänd habe ich da das Foto, wo er den Mein Alt ablenkt. So. Hat aber nicht unterschrieben. Kann man menschlich verstehen. Ich habe ja auch am Stolper sowieso. Auch den habe ich ja am meisten. Das ist noch aus der Nibelungen-Zeit. Nein. Das wären aber Märtyrer-Bilder. Nein. Ich sage nur, ich habe damals so begonnen. Wissen Sie, wenn man sowas sammelt, da muss man eine gute Nase haben. Da muss man ein bisschen, wie sagt man, Fortun haben. Okay. Und ein bisschen Vitamin B. Nein. Weil manchmal ist man gezwungen, Sachen zu kaufen, damit man das andere bekommt. Verstehen Sie? Ich habe zum Beispiel von der Hollmeyer sieben Seiten von dem Dossier. Nein. Fünf Blätter kann ich wegschmeißen im Papierkapp. Sowieso. Aber ich muss sie kaufen, damit ich die anderen zwei kriege. Verstehen Sie? Und auf dem einen kann man ja sehr schön lesen. Du Dreckschwein, dich mache ich fertig. Nein. Also sie ist eine Powerfrau. Nein. Nein. Ich sage nur, Sie verstehen. Ich habe zum Beispiel auch Raritäten dann. Das war also auch eine Okkasion. Das ist zum Beispiel, das sind drei, so lang, so. Grau, nicht grau, weiß. Drei original Barthaare vom Alois Hundhammer. Nein. Und dann habe ich auch ein bisschen so Exotika. Ein bisschen was Lustiges. Ich habe den Knochen von der Lieblingsschweinshaxe von Franz Josef Strauß. Ja. Aber ich habe natürlich dann schon auch ein paar sehr wertvolle Sachen. Wo also wirklich jeder Sammler sagt, mein lieber Schwang. Schauen Sie, ich zeige es Ihnen. Ich habe es jetzt gerade aus dem Verschweißen raus. Wird wieder eingeschweißt. Jetzt schauen Sie sich das an. Das ist schon toll. Sehen Sie es? Sehen Sie es überhaupt? Schauen Sie es sich an. Ich sage jetzt nur Stichwort Festplatte. Nein. Das ist der Rest von der Festplatte, die der Strauß Max nicht mehr hat essen können. Ja. Da werden ein paar Obstler gebraucht haben für das. Naja. Aber das sind natürlich. Jetzt zeige ich Ihnen noch das Allerwerbvollste. Ich zeige es Ihnen gar nicht gern, weil das ist wirklich eine Preziose. Okay. Und ich bringe es jetzt auch wieder zurück. Weil es ist doch geplantes CSU-Museum. Und vielleicht gebe ich es als Leihgabe her. Aber ich weiß es ja nicht. Das ist eine Versicherungsfrage dann. Ich habe es aus dem Tresor. Das ist normal im Tresor. Mit einem Umidor. Und das muss immer mumifiziert werden. Weil das ist sehr fragil. Nein, ich zeige es Ihnen. Jetzt passen Sie auf. Aber das ist jetzt schon wirklich... Jetzt passen Sie auf. Ja, das ist schon... Passen Sie auf. Sehen Sie es. Man muss wirklich vorsichtig sein. Jetzt passen Sie auf. Sehen Sie es. Da. Sehen Sie es. Stichwort Wolfratshausener Frühstück. Das ist die Original-Wurschthaut. Von der Weißwurst, die in Wolfratshausen damals verzehrt wurde. Und jetzt passen Sie auf. Ich habe eine Expertise. Wenn Sie... Man darf es gar nicht anschauen. Verstehen Sie? Ich muss wirklich aufpassen. Wenn Sie es mit der Lupe anschauen. Okay. Und das ist chemisch bewiesen. Dann sehen Sie da was Rötliches. Und jetzt? Haben Sie verstanden? Diese Weißwurst ist tatsächlich von unserer derzeitigen Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gezuzählt worden. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Also das kriegt einmal mein Sohn. Da kann er sich in Starnberger Haus kaufen oder was immer. Verstehen Sie? So. Und jetzt muss ich wirklich gehen, weil das ist mein Weihnachten. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das sage, aber das ist wirklich Weihnachten. Das ist so unglaublich. Nichts. Nichts. Also jetzt muss ich aber anfangen. Ein Doktor Wieshoi kennen. Sagt Ihnen der Name noch was? Doktor Wieshoi. Jetzt passen Sie auf. Der Doktor Wieshoi, der hat doch damals im Vollrausch diesen Polen auf der Autobahn totgefahren. Ne? Oder wie man sagt, der Magd. Ne? Bitte? Der Pole war nüchtern. Ja, ja. Das hat ihm ja auch nichts genützt. Ne? Und dann war es doch so, dann ist doch der Doktor Wieshoi darauf hin, der Pole war grad unter der Erde, ist doch der Verkehrsminister in Bayern geworden. Ja sicher nicht nur wegen dem allein. Ne? Und dann... Ja. Auf das Ordinalrohr, wo er reingeblasen hat. Wo man die 1,99 Promille verifiziert hat. Gell? Diese Serie hat mir ein Spezi, der Hinrainer Rudi, im Ebay für 382 Euro ersteigert. Wenn das kein Weihnachten ist, ist er bloß noch Jingle-Pelz. Gell? 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 Und widerruflich dämmert in Bayern die Zeitenwende. Eine große Äh Epoche ist Äh endlich zu Ende. Applaus 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 Musik 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 Applaus 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 Gott Das Gedudeln von dem Mozart nicht mehr hören Ich pack's nimmer, ich krieg eine Allergie, hey, bald geht's schon her, Mozart, na, na, geh. Du, die sind gut, die sind die echten Gransch, die sind viel gesünder, die sind nicht so fett. Aber, wie soll ich sagen, ich kann's ja beweisen, ich kann das beweisen, aber das hilft mir gar nichts, das ist ja das, gar nichts, hey, was soll ich da noch machen, was, ja, ich schreib Schickernieder, hey, Schickernieder, ich weiß nicht, ob dir das jemand sagt, wir haben von Straubing, nein, ja, und mein Ani, Ur-Ani halt, nein, der hat er selbiges Mal die Mozartle, der Mozart war pleite, der hat ja keinen Flinz gehabt, der war pleite, ein Reibviertel hat er gehabt, der Mozart, jetzt hat er mein Ani ein Geld gegeben, hat er gesagt, da ist ja Herr Mozart, hey, da hast du einen Flinz, ich geb dir ein Geld, dann bist du wieder frisch, hey, aber du schreibst mir für das Geld eine Symphonie, hey, und dann, gell, was er gemacht hat, der Mozart, das ist alles aktenkundig, hey, der Mozart hat das Geld eingesteckt, aber die Symphonie hat er nicht geschrieben, hey, und drum sag ich, wenn ich tue, hör einmal auf da hinten, hey, sag einmal, so ein lästiger Kerl, du, da sind Menschen, hey, da hat er sich da mit mir noch unterhalten können, da, Rade, nein, jetzt ist es so, ich hab natürlich, ich hab einen Schuldschein, ich bin Besitzer von dem Schuldschein, original, weiß, original, von dem Mozart, Gutachten, alles da, Expertisen, alles da, jetzt bau ich den Schuldschein von dem Mozart, wenn ich den verkauf, oder auf der Aktion, dann krieg ich schon, was, hey, weil ich hatte, nein, der ist was wert, gell, aber kein Vergleich mit einer Symphonie, ja, Entschuldigung, wenn ich im Besitzer von einer Symphonie war bei dem Tamtam, was die mit dem Mozart machen, dann hätt ich eine ganz andere Lebensplanung, ganz anders, dann hätt ich in meiner Metzgerei ganz andere Kacheln drin, hey, dann hätt ich, was, nein, nein, wenn ich, nein, dann kauf ich mir keinen Porsche, nein, 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 hey, wenn ich eine Symphonie von Mozart hab, kauf ich mir keinen Porsche, dann steht man Bugatti hin, hey, ich hätt mir ein Ding aus dem Wohnblock, ein Wohnblock, verstehst du, da, da tät ich mich da nicht, hey, ein Mieter nach dem anderen, die tät ich da nicht, hey, um vermieden, dass du bloß so schnellst, hey, und dann tät ich natürlich, weil ich, ja, hau, da zahl ich jetzt erst mal auf, hey, ja, sag einmal, hast du keinen Anstand nimmer da, bist du dort oder wer, weißt, die machen sich hin mit dem Lärm, gell, die Dezibel, gell, dann macht er so viel Dezibel und dann sind die Ohr, was, ja, dann sind die Ohrwaschel hin und das kann man nimmer reparieren, hey, der hört nix, ich schwör dir das, hey, was, hast du ja, hör, hey, du Depp, der hört nix, das ist ja schon bald wie der Beethoven, so, hey, naja, ich sag dir, was das zwingt, weißt du ja zum Beispiel der Anno, ja klar, der Anno, der steht heute so da, der Anno steht heute so da, warum, dem tragt's den Tantiemen einer Tantiemen, gell, der weiß ja nimmer hinwo mit den Tantiemen, weil sein Großvater ein großer Komponist war, erfolgreich, gell, und mein noch, der Großvater, der hat ja ein Ding komponiert, einen Klarinettenmuggel, hey, einen Original-Klarinettenmuggel, kennst du ja, nenn? Schau her, wenn er wollen tut, dann könnt ihr auch schön spielen. Nein, weißt du, das ist gar der Anno, ne, das ist gar, der steht hinter so da, der fragt gar nix mehr, der reißt an Seychelles in Malediven, sogar Österreich, dem ist das Wurscht, der hat einen Schwimmingpool, verstehst du, weil das ist halt ä a Komposition, wo man... Du, jetzt, 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 baut sie da vorne, du, gera, hör ab jetzt, siehst du das, du, pass auf da, hol, ich gern, weiß ich, das ist ja, weißt du, ja, weißt du, das nicht, in der Zeitung, das mag ich, weil dann schreiben sie das ja nicht, Mag halt der Genie, der Genie, dieses Genie, Fräulein wird ja schon gewöhnt sein, glaub ich schon, Ja, freilich wird noch eins gewinnt sein, aber dass ich das Opfer bin von der Drehgeschichte, ist aufgelaufen. Also aufgrund des großen Erfolges beim Mitsinger vom Refrain beim ersten Lied, kriegt ihr noch mal eine Chance. Jetzt singen wir ein bisschen besser, jetzt singen wir genau, wer eine Einzelprobe braucht. Da kommt in jedem Satz bei dem Lied das Wort Machen, so wie mitmachen. Machen, to make, make with, with everybody. Aus Kuhhaut macht mir Leder, aus Leder macht mir Schuhe. Die Schuhe macht der Schuster, die Kuhhaut macht die Kuh. Der Kuckuck macht ein Ei und dann macht ihr die Flatter. Der eine der macht Kinder und der andere macht den Vater. Der eine der macht Kinder und der andere macht den Vater. Eine Halbe macht kein Frühling, ein Frühling keine Halbe. Fußballer machen OZ-Wetten und machen mal eine Schwalbe. Die Fleischhändler machen Geschäfte, im Dunkeln nicht im Licht. Der Sträuber macht die Fliege, der Markus Söder nicht. Der Sträuber macht die Fliege, der Markus Söder nicht. Kinder machen macht Freude, Freuden macht auch manches Haus. Der Seehofer macht Kinder, die Deutschen sterben sonst aus. Körpergröße macht nicht alles aus, aber in Berlin drum tut eins jetzt schon Lachen. Wenn der Beckstein und Huber im Bundesrat ein Zwergerlaufstand war. Wenn der Beckstein und Huber im Bundesrat ein Zwergerlaufstand war. Alles neu macht der Mai und der Porsche Carrera Cabrio-Fahrer auf der Maximilianstraße. Der macht brumm 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 brumm. Und ein Auto mit Kennzeichen Ebersberg mach ich lieber einen Bogenraum. Dem Filz in Machtgefüge steht man machtlos vis-a-vis. Außer man macht einen Machtwechsel, aber den macht sie's nie. Außer man hat einen Machtwechsel, aber den macht sie's nie. Der Radi macht der Blähung, Gülle macht den Stark. Rizinusöl macht Durchfall und Warsteiner macht kranken. Brennereien machen Schnäpse, Kältereien machen Säft. Der Hund, der macht den Aufer, der Schubeck macht sein Geschäft. Der Hund, der macht den Aufer, der Schubeck macht sein Geschäft. BMW und Audi machen jetzt Öko-Gelände-Wägen im Kampf gegen's CO2. Bayern macht ernst mit dem Klimaschutz und baut die Startbahn 3. Wenn die Polkappen dann schlapp machen und die Sinnflut über die norddeutschen Protestanten hier reinbricht. Macht Bayern aus Glaubensgründen seine Grenzen dicht. Macht Bayern aus Glaubensgründen seine Grenzen dicht. Macht Bayern aus Glaubensgründen seine Grenzen dicht. Der Vorstand von der Bahn macht sich eine Gehaltserhöhung, die 70 Prozent übersteigt. Das macht der Bahnvorstand ganz leise und ohne dass er streikt. Schwarzen macht keine Freude, sowas macht Verdruss. Es macht beim Mitmachen nicht mit, drum machen wir jetzt Schluss. Es macht beim Mitmachen nicht mit, drum machen wir jetzt Schluss. Musik Applaus Applaus Vielen Dank. Mahlzeit. Mahlzeit. Und? Hackbräunen. Falscher Hause. Ja. Und? Morgen wissen wir mehr. Mahlzeit. Mahlzeit, ja. Körper. Und? Warmer Leberkass. Und? Vinzenzmur. Und? Zwei Jägermeister. Da darf ich Ihnen einen Ratschlag geben. Trink es einem Fernepranker. Der hilft Ihnen gegen einen Jägermeister. So Herrschaften, nur dass das da ist. Ich habe es gesagt und leg auch her drauf. Wir gehen heute etwas früher heim. Weil heute haben Sie es gehört, Herr Grapper. Ja, aber da sitzt noch einer draußen. Der war schon mal da. Das ist der mit seiner Niere. Ist da Geld geflossen. Da brauche ich einen Chipkarte. Karte. Herrgott, noch einmal. Das ist er. Aber bitte! Herr Rösner, bitte. Auf drei. Ich bin wieder da. Herr Rösner. Wie? Herr Rösner. Ja, wenn Sie einen Chip bitte abgeben. Jawohl. Ich suche einen halben Job. Ja, das kann ich mir denken. Rösner Johann Nepomuk. Herr Schäfter ist Geld geflossen. Okay. Ja. Ach so. Ja, Respekt. Aha. Jetzt glaube ich, erinnere ich mich, haben Sie nicht eine Niere in Amerika? Sie wissen es besser. Ja, ich meine, ich wohne ja nicht zu nahe treten. Aber wo waren Sie früher beschäftigt? Ich war früher bei Schneider Technologies und der Türkeim. Und Gott sei Dank. Eieiei. Er war im Vorzimmer von dem Herrn Asam. Der Herr Asam ist ja von der Landesförderanstalt vom Wirtschaftsministerium dann zu Schneider Tech geschickt worden. Als Finanzchef. Nach dem Ruin von Schneider Tech ist er ins Software-Hausmanagement geschickt worden. Und jetzt haben Sie im Finanzministerium extra eine Stelle neu geschaffen bei Immobilien Bayern für den Asam. Da ist der jetzt untergeschlupft. Ja, so als Schlupf-Apps. Ja, aber jetzt muss ich blöd fragen. Ich meine, entschuldigen Sie, da waren Sie auf der Titanic. Sind Sie nicht ein bisschen eine Leichtmatrose? Sind Sie mir nicht besser, wenn ich auf einem Dampfer mich befinde, wo ein Dr. Wiesel und ein Dr. Valtelhauser Kapitän und Steuermann sind, dann hab ich doch eine Schwimmweste dabei. Na? Ein Rettungsring. Ja, haben Sie gar nicht gemerkt, dass die Ratzen von Bord sind? Leider nein. Nein! Leider nein! Ja, was machen wir jetzt? Was sollen wir da machen? F10? Ah, F10. Na, das... F23? Da ist er zu be-aged. Ja. Dann F378? Nein, nein, nix, nix. Ja, aber U6? Ja, U. Umschulung. Umschulung. Ja, wo im Medienbereich? Im Medienbereich. Würden Sie umschulen? Nein, ich mach alles mit, deswegen bin ich da. Ja, dann passen Sie auf, klatschen Sie mal in die Hände und sagen Sie Bravo. Ja, die Mappen müssen Sie weg da. In die Hände klatschen und Bravo sagen. Bravo! Ja, also, nicht so. Sie sind im Medienbereich, verstehen Sie? Man sucht alte Leute, Fachkräfte, die Optimismus ausstrahlen. Nein? Die in der Lage sind, eine Quittsendung mit durchzupuschen. Sagen wir mal so, der Beruf des Glakörs. Gell? Oder des Warm-up-Mans. Er freut sich zunehmender Beliebtheit. Gell? Jetzt klatschen Sie mal in die Hände und sagen Sie mal Bravo. Bravo! Nein, mein Gott, nein, Sie müssen sich das doch vorstellen. Sie sind im Fernsehen. Fernsehen. Da sind Sie im Fokus, ein Millionenpublikum. Nachaufnahme. Wenn Sie in der Sendung drin sind von der... Anne Will. Ja. Und da haben Sie jetzt einen Stahlgast drin. Sagen wir mal den Arbeitgeber, Vertreter, den... Hund. Hund. Ja. Und jetzt sagt dieser Hund zum Beispiel. Der sagt, wir sitzen heute alle in einem Boot. Und dann... Bravo! Ja. Sie müssen schon... Ich meine, jetzt passen Sie auf, jetzt machen wir Folgendes. Die Herrschaften, Herr Basel und Herr Gropper, die waren jetzt gerade in Bad Mühl auf diesem Kurs. Emotion Skill Improvement. Das ist ein Roleplay. Ja, machen wir ein Ding, dann können Sie mitspulen. Bin dabei. Ein Roleplay. Also jetzt passen Sie auf. Das machen wir Folgendes. Der Herr Gropper ist so nett und wird für einen Moment seine Tätigkeit ruhen lassen. So. Jetzt passen Sie auf. Der Herr Gropper, der ist, wie man das im Fachausdruck sagt, der Emotion Pusher. In dem Moment werden Sie jetzt der Emotion Receiver. Verstehen Sie das? Der sagt was und das bringt Sie, elektrifiziert Sie. Also bitte auf ein Zeichen von mir. Bitte, Herr Gropper. Vom Hauptbahnhof zum Airport mit High Speed. Bayerns Zukunft liegt im Transrapid. Ja, was ist? Bravo. Sagen Sie mal, was war jetzt? Können wir nicht einen anderen Satz nehmen? Sie sollen applaudieren. Das hat doch mit dem Satz nichts zu tun. Nein. Sie sollen frenetisch applaudieren. Also sagen wir mal, das ist ja. Jetzt machen wir folgendes. Jetzt machen wir eine Inversion. Der Herr Beißl macht jetzt den Emotion Pusher. Okay. Und der sagt was. Jetzt passen Sie aber auf, weil der Herr Gropper, der zeigt Ihnen aufgrund dessen, was er sagt als Emotion Receiver, zeigt er Ihnen eine Standing Ovation. Wie eine Standing Ovation zustande kommt. Haben Sie das kapiert? Jawohl. So. Bitte auf ein Zeichen. Und bitte. Vom Airport zum Hauptbahnhof mit High Speed. Bayerns Zukunft liegt im Transrapid. Bravo. 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 Wes!" Ja. Wann beim Sie uns überlassen, was da gibt und nicht. Nur, dass Sie Bescheid wissen, Herr. Da war er sein eigener Chef. Ja, da wäre das der Mensch. Ja, ja, Frau Lüch, aber da müssen wir vollkommen umdenken. Da müssen wir in ganz andere Kategorien gehen. Da müssen wir ja in International Flair, da brauchen wir ja, wie soll ich mal sagen, ganz andere Dimenschen. Müssen Sie sich einmal vorstellen, Großstädte, Rom, London, Paris. Schauen Sie mal da her. Da ist eine Boulagerie, da riecht es nach frischem Baguette. Da haben Sie eine Architektur-Standort-Vorteile. Eine Brückenszenerie, wie geschaffen für Sie. Also besser geht's überhaupt nicht. Also die besten Voraussetzungen. Deutsche in Ord, Landsmann pfittet um Brot. Das ist doch einmal eine Voraussetzung. Aber ich bin doch kein Bettler nicht. Ja, sag denn, dass Sie ein Bettler sind. Sie sind natürlich kein Bettler. Sie sind ein Almosier. Ein deutscher Almosier, hab ich gesagt. Schauen Sie mal da rein und recht elendig löscht da rein. So jetzt auch. Anderen Leuten Freude zu machen. Anderen Leuten Freude zu machen, sie von ihrem schlechten Gewissen zu befreien. Das ist eine Dienstleistung. Merken Sie sich das. Der braucht einen Hund. Einen Hund kriegen wir einen Köder her. Und einen Quetschen. Und einen Zirch. Dann machen Sie Musik. Ich bin unmusikalisch. Das ist doch noch besser. Dann können Sie doch besser Mitfleut erregen. Was wollen Sie denn? Ich hätte einen sehr schönen Standort direkt draußen an der Oper. Ja, den schauen wir uns jetzt an. Da schauen Sie her. Jawohl. Ja, idealer geht's ja überhaupt nicht. Besser geht's ja gar nicht. Und den Hund kann er steuerlich absetzen. Den Hund können Sie steuerlich ... Nein, aber ich hab eine Hundeallergie. Jetzt hören Sie mal auf. Wir geben Ihnen die einmalige historische Chance, in einem Nobelfiertel nicht Mitleid zu erregen. Die Leute gehen an Ihnen vorbei und sagen, Gott sei Dank geht's mir besser mit diesem Kröppel da. Nein, man sagt ja in der Fachsprache Lazarität. Das kommt von Lazarus. Das ist die neue deutsche Unternehmensphilosophie. Er ist praktisch Humankapital. Ja, Sie sind da Humankapital. Nein, jetzt mag ich nicht mehr. Ich spule nicht mehr mit. Ich spule zu Lorweiler. Ich mag nicht mehr. Also, Herr Düngs, jetzt erzählen Sie mal. Können Sie uns wenigstens freundlich grüßen. Wieso? Ja, warum? Die Stadt München sucht Freundlichkeitsdarsteller. Das wäre vielleicht noch was für ihn. Wunderbar. Weil die Stadt München, das Flair im Englischen Garten, da kommen öfters junge Leute aus der Niederlausitz oder so. Machen eine Kameradschaftabend, haben einen Pitbull dabei. Sagen Sie mal zu einem Hund, Mengsi-Hunde, sagen Sie mal, ja wo is er denn? Sagen Sie mal, ja wo is er denn? Ja wo is er denn? Sagen Sie mal, ja Wo is er denn? Kultima! Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Musik 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 Applaus Ich bin so froh, dass ich heute der Papst bin. Das habe ich aber auch so vereinbart. Und ich habe auch gesagt zu Herrn Dr. Werner, ich habe gesagt, man muss sich an Verträge halten. Ich habe gesagt, Herr Dr. Werner, Herr Dr. Werner, wo sind Sie? Nein! Nein! Sie sind Napoleon, geht Sie weg! Das haben wir ganz anders besprochen. Packt das uns, Herr Wanderer. Gehen Sie weg! Das geht nicht! Nein! Gehen Sie weg! Musik 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 der Herr Faltelhauser. Sonst wären Sie doch schon zufrieden. Und die Trunten werden die Truben und die Truben dann 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 die Truben Simarille sie war in Baltimore speaking saying sie war in Baltimore das ist in Englisch und die Truben dann die Truben 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 und ich glaube heute noch ganz fest daran dass man mit einem einzigen Konfetti eine Bombenstimmung machen kann. Applaus 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 Auf die Schulter direkt neben dem Kopf klingt es am besten Das ist der große bayerische Lauschangriff Vorsicht Also wir spielen jetzt ein Requiem abschließend ein Requiem auf einen Braunbären Der Jahrgang ist schon vorbei Aber der erste Satz ist dann Der Bär kommt aus Italien ins gelobte Land Bayern Vom Bär los Kone zum Stoi Bär Und der zweite Satz ist dann Das Bächlein rauscht über den Wiesengrunde und lustiges geselliges Treiben auf der Alm mit Schafereisen und Honigschlecken Der dritte Satz Die Finnen entpuppen sich aus Lappen Berittene Jäger tauchen auf und dann Zusammenfassung Resümee Er war nur kurz zu Gast bei Freunden Er war nur kurz und dann Und dann Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.